Tja, ein Monat ist mittlerweile vergangen und ich würde euch jetzt einfach einmal gerne ein kleines und doch kurzes Fazit zu der Hülle von Mucho sagen. Ja, ich finde die Hülle wirklich sehr stylisch, mir gefällt die Farbe absolut gut. Also wirklich, ich würde da gar nicht sagen, es ist für mich eine klare 10 von 10, weil ich diese Farbe bei anderen Herstellern noch überhaupt nicht gefunden habe. Das GES schaut jetzt nach einem Monat ungefähr so aus. Ich werde jetzt mal ein bisschen kurz aufstehen und euch das ein bisschen hier in die Kamera halten. Ja, wir haben natürlich hier ein paar Gebrauchspuren, aber wir reden hier von einer veganen Volllederkäse. Das ist auch der Sinn und Zweck bei Mucho und das ist auch auf der Webseite so beschrieben. Ja, durch die Abnutzungen wird euer Käse niemals ausschauen wie das, was ihr vielleicht bei einem anderen unter Anführungszeichen in der Hosentasche mal seht. Aber hier wirklich ganz, ganz, ganz kleine, ganz kleine Abschürfungen vielleicht auf der Seite. Und zwar hier zum Beispiel, wenn ich auch hier so einmal die Telefonklemme eingespannt habe. Also ich habe das Smartphone wirklich tagtäglich so genutzt mit dem Käse, ohne wenn und da, aber ich habe es für das gebraucht, was ich gebraucht habe. Egal, ob das jetzt für das MagSafe ist oder sogar für die ein oder andere Klemme ist auch hier alles verbaut worden. Ja, ich finde das Käse immer noch sehr, 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 sehr gut. Der einzige Nachteil ist vielleicht, dass das MagSafe unter Anführungszeichen jetzt nicht das allerstärkste ist. Aber in meinem Fall, ihr seht schon, das haltet völlig aus. Was will man im Endeffekt mehr von einem Käse? Also das ist wirklich auch gleichzeitig für mich eher ein weniger Kritikpunkt. Also wirklich, die Höhler ist echt top. Kann ich so weiterempfehlen. Und ich glaube, der UVB liegt momentan hier bei 60 Euro. Ist auf alle Fälle sehr gut investiert. manageiere Manageiere